Lediglich die Tatsache, dass ich einen so eklatanten Giftanschlag, sechseinhalbfach tödliche Dosis, die noch dann später analysiert wurde, überleben konnte. Das ist nicht möglich. Man überlebt ja eine Dosis nicht. Gibt es eine Erklärung? Ja, die einzige Erklärung, die ist nicht von dieser Welt. Und auch irgendeiner der Ärzte hat mich auch gefragt, glauben Sie an Gott? Ich sage, ja, gar keine Frage. Und ich sehe das auch als logisch an. Was anderes kann das gar nicht sein. Was sollte es denn sein? Also an Zufälle will ich nicht glauben. Da glaube ich auch nicht. Nichts ist ein Zufall, sondern da hat jemand, wie der bezeichnet wird, überlasse ich Ihnen, jemand hat seine Hand ins Spiel gebracht. Und wenn ich Christ bin, ist das für mich völlig klar, wer dieser jemand ist.